Ihr habt es schon erwähnt, das hat jetzt wesentlich mehr Gänge. Genau, zweimal elf Gänge. Das kann schon einen Unterschied machen, gerade wenn du nicht der absolute Top-Sportler bist. Ist das halt von der Abstufung her schon ziemlich angenehm, wenn der Berg dann doch ein bisschen steiler wird, als du es gedacht hast. Es macht aber auch nicht so viel aus, oder doch? Es ist halt die Feinabstimmung. Also in der Realität wirst du natürlich dann nicht 22 Gänge fahren, sondern vielleicht 16. Je nachdem, wie du halt unterwegs bist. Aber es ist halt, also wenn du es gewohnt bist, vorne zwei Kettenblätter zu fahren, dann wirst du es auch immer wollen. Was ist das für ein Stil von Fahrrad? Ja, das ist ein sehr, sehr schnelles, universell einsetzbares Gravel-Bike. Auch sehr leicht, tatsächlich gut unter 10 Kilo. Und was das so ein bisschen besonders macht, ist, dass es zwar einen Carbon-Rahmen hat, aber unheimlich viele Aufnahmepunkte. Also es fällt sofort ins Auge, ich kann hier überall, kann ich Flaschen, Pumpen, Gepäck anbringen. Ich habe die Möglichkeit, Schutzbleche dran zu machen. Und das bei so einem sehr, sehr sportlichen Gravel-Bike, das ist was Besonderes. Sogar an der Gabel habe ich die Möglichkeit, Forkbags anzubringen. Und das ist so ein bisschen das, was das heißt. Ein Reiserad fast, oder? Ja, also du kannst es als Reiserad benutzen, aber auch als, ja, schon fast Rennmaschine. Und das macht es so ein bisschen aus. Ist es auch stabil genug für ein Reiserad, würdest du sagen? Ja, es hat mit einem Gesamtgewicht, glaube ich, von 120 Kilo ist es. Kann man damit schon, weil das Rad wiegt ja nur 9,4 Kilo, eine Person von über 110 Kilo draufpacken und halt mit Zubehör und Gepäck. Und da ist es ja auch auf so Daily-Touren gemacht. Was ich halt auch spannend finde, wo Tobi schon angesprochen hat mit den Aufnahmepunkten, das ist an der Gabel vorne. Das haben wir sehr selten, dass an der Carbon-Gabel die Lowrider-Taschen dran montiert werden dürfen. Und das ist bei der Camino-Serie, die sich ja dieses Jahr noch sogar erweitern wird. Wir haben das Camino Pro schon bei dir auf dem Kanal gedreht und auf unserem. Das ist in Silber-Matt, Vogue-Silber heißt das, mit Schwarz-Matt und Silber. Und hier haben wir das ohne Pro. Das kostet dann halt 500 Euro weniger und hat es sogar vorne zweifach. Das heißt, für die Leute, die sagen, sie wollen deutlich unter 3.000 bleiben, ist das quasi in diesem Magma-Red genau das Rad. Und wer halt ein bisschen mehr Ausstattung will, der muss dann halt noch ein bisschen warten. Da kommt dieses Jahr noch das Camino Pro AXS, also mit einer Funkschaltung raus. Aber ist dann auch wieder bei 4.500. Hier ist halt wirklich ein Rad, Preis-Leistung, absolut mit jedem Hersteller konkurrenzfähig. Also auch die ganz günstigen. Ja, ich habe es schon gesehen. Unter 3? Ja, 2.6,99. Du hast, glaube ich, das Preisschild eben gerade grob gefilmt. Das Camino ohne halt das Pro. Aber was würdest du sagen, Tobi? Steht das dem Pro irgendwie großartig nach oder hinterher? Also ich finde, es ist schon fast eine optische Frage. Und ob du halt eben die zwei Kettenblätter haben willst. Weil beim Pro müsstest du da erst noch ein bisschen nachrüsten und umbauen. Hier hast du sie gleich dabei. Das Pro ja relativ auffällig Silber. Hier sind wir ja schwarz, dunkelrot unterwegs. Das ist schon fast eine Stilfrage. Also sie sind schon auf dem selben Level grob unterwegs. Ist das leicht auch? Ja, sehr leicht. Also 9 Kilo ist ja im Curable-Bereich schon ziemlich, ziemlich gut. Und das macht halt richtig Spaß. So, das heißt auch hier entsprechend die Komponenten. Das ist auch Carbon, die Sattelstütze? Hier in dem Fall? Nee, ist tatsächlich keine Carbon-Sattelstütze. Wäre natürlich möglich. Ich würde da fast sogar noch überlegen, eine mit Federungen zu nehmen. Weil ich da ein bisschen bequem geworden bin tatsächlich. Also durch viele Folie-Fragen. Das geht? Das geht. Du hast dann so eine parallele Plattfeder, die du halt hier reinstecken kannst. Und die hat dann so drei Zentimeter Federweg. Ist halt sehr bequem dann. Sehr schön. Also wenn du das Ganze siehst. Ja, das ist ja oft das Problem, dass die Leute, die sich jetzt selbst ein Reiserad zusammenbauen, die machen das oft mit einem Stahlrahmen, damit es auch lange hält. Das Carbon ist sehr haltbar. Das ist sehr haltbar. Stahlrahmen, klar, das ist absoluter Klassiker. Da gibt es ja auch ganze Fahrradmarken, die nur Stahlreiseräder herstellen. Haben wir auch noch so ein bisschen im Programm. Aber der Trend geht schon mehr Richtung Gravel und auch gerne Richtung Carbon. Weil mittlerweile ist das Carbon halt wirklich auf einem Level, wo du sagen kannst, jo, auch das ist eigentlich für die Ewigkeit. So, Schaltung. Wenn du mich da nochmal aufklärst. Was gibt es an Schaltung? Das ist jetzt ein eigenes Schaltwerk nur für diese Gruppe. Mittlerweile ist es ja so, dass Shimano mit GRX diverse Gravel-Gruppen auf den Markt gebracht hat. Hier sind wir jetzt im 600er-Bereich unterwegs. Ein kleines bisschen gemixt ist es tatsächlich. Also wir haben zum Beispiel eine 105er-Kassette drin. Das ist untereinander kompatibel. Gibt es auch Tabellen, was einem wo, inwiefern was bringt. Gerade gewichtstechnisch ist das ja immer ein Thema. Hier sind wir preis-leistungsmäßig ziemlich gut unterwegs. So die Mittelklasse-Gruppe unter den Gravel-Gruppen ist ehrlicherweise schon sehr, sehr gut. Ist das für den Normalkunden überhaupt spürbar, die Schaltung? Also was auf jeden Fall spürbar ist, ist wie viele Blätter du vorne hast und wie letzten Endes dann die Übersetzung aussieht. Das wird natürlich jeder merken. Ansonsten, ob du da jetzt... Ich meine das Schalten, ob das jetzt noch weicher oder noch... Nee, würde ich fast behaupten nicht. Also ob das jetzt noch ein Prozent präziser ist oder ob du 20 Gramm leichter bist, das wirst du in der Regel eher nicht merken. So, Schalten, wir haben es eben schon kurz erwähnt, funktioniert recht einfach, wie denn hier bei der Schaltung? Genau, also gerade wer halt das Rennrad oder Gravel-Bike noch nicht kennt, der muss sich ein bisschen umgewöhnen. Ich habe ja hier meine Bremsgriffe und wenn ich die eben nach innen drücke, dann kann ich eben hier mit dem kann ich einen schwereren Gang reinschalten. Hier kann ich einen leichteren Gang reinschalten. Auf der anderen Seite gleiches Prinzip. Bei den ersten zwei, drei Testfahrten über ein paar hundert Meter wirst du vielleicht mal noch aus Versehen bremsen beim Schalten, hast du aber ganz schnell raus. Gut, ich nehme an, dass man das merkt, wenn man bremst, oder? Das wirst du merken. Die greifen ordentlich zu. So, das macht Spaß. Ihr habt mir erzählt, dass mit dem Erfolg des E-Bikes auf einmal auch diese Räder nach oben gingen. Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob es da eine wirkliche Korrelation gibt, die man irgendwie da feststellen kann. Aber natürlich in der Corona-Zeit, wo E-Bikes hochgeploppt sind, ist diese Gattung im Windschatten der E-Bikes irgendwie mit hochgeploppt. Das Interessante ist halt, man sagt jetzt so, ja, das ist jetzt seit zwei Jahren so Trend, aber das Ganze wurde zwei Jahre gar nicht bedient werden. Also das konnte gar nicht bedient werden, weil die ganzen Komponenten für die E-Bikes vorgehalten wurden. Jetzt kommen wir langsam in so eine Situation, wo die Lieferung nochmal sich normalisiert. Muss man halt mal abwarten, wie das mit dem Suezkanal halt nochmal wieder sich weiterentwickelt. Stand Ende Januar 2024. Aber ich sage mal so, es wird immer mehr und mehr Gravels geben, auch von anderen Herstellern und auch mehrere Modelle. Wenn man mal holt, vor zwei, drei Jahren gab es zwei Carbon-Gravels von Stevens und drei Alu oder so. Und jetzt gibt es dann nochmal ein drittes Carbon und bei den anderen Marken kommt da auch immer mehr und mehr, auch unterschiedliche Preislagen, weil verschiedene Farben, Ausstattung. Also da wird jetzt noch 24, einiges kommen und wir sehen es jetzt auch im Herbst, Winter. Die Nachfrage ist bei den Rädern auf jeden Fall gegeben. So, eine gute Bremsanlage, die muss natürlich da sein beim Reiserad. Genau, also wir haben hier sogar eine Freigabe bis 130 Kilo. Das heißt, ich kann das Ding richtig, richtig vollpacken. Da gibt es ja mittlerweile auch den Trend, dass lange Reisen dann gerne mal Social-Media-technisch gefilmt werden. So eine Tour nach Istanbul kannst du mit dem Bike definitiv auch machen. Da ist ein Wahrzeichen drauf von Hamburg. Warum? Ja, Stevens kommt ja aus Hamburg, die Marke. Damals, ja, so von zwei Radsportlern, von Hacht heißt die Familie, gegründet worden. Absolute Traditionsmarke in Hamburg oder aus Hamburg und deshalb muss natürlich auch Hamburg irgendwie im Logo verarbeitet sein. Das sieht man hier oben drin. Also das Ganze wird auch konfektioniert hier in Deutschland? Genau, also die werden dann, ich glaube bei Osnabrück ist das Werk, nagelt mich nicht fest, werden die zusammengebaut und die individuellen Bikes sogar direkt bei Stevens im Headquarter in Hamburg. So, jetzt ist irgendwas an der Schaltung, ist das gut zu servitieren? Tatsächlich schon. Also wir haben schon einen hohen Grad an Integration, also du siehst kaum Kabel, das läuft hier alles in Vorbau. Das ist auch die größte Herausforderung für uns in der Werkstatt, einfach, dass wir das halt immer schön abgelenkt bekommen, schön integriert bekommen, wenn wir da jetzt eine Bremsleitung tauschen müssen oder sowas. Das ist was, was ein bisschen Arbeit macht, aber ansonsten die Komponenten sind alle absolut marktüblich. Also die GAX-Gruppe hat sich im Gravel-Bereich komplett durchgesetzt, wirst du in jedem Laden finden und auch jeder kann damit umgehen. Also ich fasse mal zusammen. Aufnahmepunkte für Taschen, Gepäckträger, Schutzblecher, alles ist drauf, damit ich das Ding zum Reiserad machen könnte oder ich irgendwas mitnehmen kann. Das ist sehr leicht, das Rad. Ist es recht günstig, sagst du? Ja, also 2.700 Euro sind viel Geld, das ist uns schon klar, aber wir haben sehr edle Komponenten und vor allem der Rahmen ist halt schon fast Benchmark. Also Preis-Leistung ist sehr gut, auch wenn der Preis für das Bike vielleicht schon ein bisschen höher ist. Sehr schön. Stevens, ja, das Ganze am 31. Januar 2024. Interessant ist auch noch, wir haben in letzter Zeit öfters Fragen gehabt, könnt ihr irgendwie uns einen Gravel da zusammenstellen? Der Rahmen von dem Camino ist der gleiche wie beim Camino Pro, kostet 2.000. Nur mal um die Verhältnisse auch bei Scott und anderen Marken, wo man Rahmen setzt. Es sind ja nicht viele Hersteller, die das anbieten, so Rahmen-Kits, aber guckt mal im Internet, was so ein Rahmen-Kit kostet. Die fangen meistens bei zwei erst an. Das heißt, da ist ein Haufen Zeugs noch mit dabei. Okay, das heißt, man hätte die Möglichkeit, sich das Fahren zu kaufen, auseinanderzunehmen und hätte dann einen preiswerten Rahmen und noch viel dabei. Ja, oder sagen wir mal so, wenn jemand sich den Rahmen bei Stevens, jetzt hatten wir auch schon gehabt, bestellt, beziehungsweise bei uns, das läuft ja immer mit den Fachhändlern, wir bestellen den Rahmen, da hat er den Rahmen halt. So, und dann muss er halt aber auch noch gucken, wie er dann auch fährt. Laufräder. Genau, also Laufräder sind ja ein teures Thema, hier haben wir ziemlich wertige, hochwertige Fulkrum-Laufräder drin. Schaltung. Die Schaltgruppe ist so ein Thema, wo viel Geld tatsächlich vor allem wegen den Bremsschaltgriffen, den SDIs, dann halt auf den Tisch gelegt werden muss. Das sind relativ teure Komponenten. Es ist tatsächlich so, wenn du jetzt mit dem Rahmen beginnst und dir das Rad aufbaust, wirst du ein bisschen teurer landen, als der Paketpreis ist. Ich weiß, das ist üblich, aber trotzdem hast du da immer so einen Indikator, ob Preis-Leistung stimmt. Interessant. Schaltungsmäßig gibt es ja demnächst eine Neuerung, habe ich jetzt mal gefilmt, dass es das Schalterorgen nicht mehr gibt. Ist das demnächst hier in dem Bereich auch so, oder was denkst du? Es gibt ja schon, also das SRAM hat da ja so eine eigene Aufnahme, die UDH-Aufnahme. Da gibt es auch Transmission im Gravel-Bereich, beziehungsweise für den Rennrad-Bereich. Das wäre wohl das, was du jetzt meinst. Also vielleicht kommt da irgendwas von Shimano. Ich denke, dass die alle nicht schlafen und das sehen werden. Jetzt einen Motor da reinzukriegen, nachträglich, ist schwierig, oder? Ja, das wird schwierig werden. Den müsstest du dann ja irgendwie ins Hinterrad packen und das wäre dann schon ordentlich ungefederte Masse, die am Carbon reißt. Ich glaube, das wird dir keiner freigeben. Sehr schön. Ja, die Freigabe ist ja eh ein anderes Thema. Ja, wir sind in der Pfalz in Kaiserslautern. Ich grüße dich, Tobi, und das Ganze können wir mal zeigen. Auf der Rückseite steht das Logo bei Konrad, Greenbikes, und das Ganze gibt es demnächst 30 Jahre. Ihr habt rundes Jubiläum. Genau, also dieses Jahr ist so ein bisschen unser Aktionsjahr. Da werden wir auch in jedem Monat eine Aktion fahren. Guckt da gerne mal regelmäßig rein, weil es den Laden jetzt wirklich schon 30 Jahre gibt. Tschüss, Tobi. Ciao. Tschüss, Lucia. Tschüss, Sven. Ciao.